Das ist Moritz, unser Pilot, er fliegt die Blue Thunder. Mein kleines Pest, wie schnell ist das Ding in Spitze? Ungefähr 160 km. Was kostet der, wenn man den neu kaufen müsste? Ungefähr 1,4 Millionen Euro. Okay, fliegen wir heute sicher? Ja, absolut. Los geht's. So, wir setzen uns jetzt rein, denn jetzt geht's los. Hier wird gleich quasi der Sektor sitzen. Wir fliegen dich heute zur Arbeit mit unserem Heli-Shuttle. So, wir setzen uns jetzt rein. Der Mann kommt sonst immer zu spät. Warum? Weil er klar durch Hannover fahren muss. Heute natürlich nicht. Denn heute fliegt er mit diesem Mann, mit diesem Mann, mit diesem schicken Teil zur Arbeit. Hallo, Autos am 9801 Heli-Shuttle. Wir bringen den Sektor heute zur Arbeit komplett. Den ganzen Morgen ist es spannend. Schaltet ein auf 990 Stunden Kapitel. Wir lieben hier Ausricht, weil wir stehen hier auf die Beweichel, die sind 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 auf die Beweichel. Wir nehmen die Beweichel, die sind auf die Beweichel, die sind auf die Beweichel. Wir haben die Beweichel. Untertitelung des ZDF, 2020